Servus, mein Name ist Felix Neureuther und wie ihr vielleicht an dem Ski und an dem Helm erkennen könnt, ich bin ehemaliger Skirenfahrer und mich würde es wirklich wahnsinnig freuen, wenn wir den Menschen am richtigen Ort oder an der richtigen Stelle helfen können. Und ihr müsst draußen bitte Gas geben. Und zwar gibt es echt coole Sachen zu versteigern. Ich habe hier einen Ski von mir und zwar ist das nicht nur irgendein Ski, sondern das ist der letzte Ski, den ich in meiner aktiven Karriere gefahren habe. Und die wollte ich eigentlich zu Hause behalten, dass wenn ich den sehe, dann kann ich nicht so in Erinnerung entschweigen. Aber den bekommt jetzt ihr. Ich habe hier noch den Helm mit dazu gepackt. Der Kollege hier, der hat auch ein paar Gebrauchsspuren. Ich habe noch die Unterschriffe drauf. Und mit diesem Ski, ich sage euch eins, der geht so leicht zu fahren, als wenn ich mit ihm fahren konnte, dann könnt ihr das schon ganz lange. Also gebt bitte Gas und dann würde es mich sehr freuen, wenn wir uns irgendwo mal auf den Skipisten sehen. Vielleicht sogar, wenn ich jemanden sehe mit dem Ski und mit dem Helm und denke mir, hey, den kenne ich doch.